Fahre und der Kinderschutzbund haben die Kampagne Schutzschirm für Kinder ins Leben gerufen. Mitmachen ist ganz einfach. Sie bestellen mindestens 96 bedruckte Fahrerschirme Ihrer Wahl und teilen Ihrem Werbemittelhändler mit, dass Sie Teil der Kampagne sein möchten. Sie erhalten den Link zum Spendenformular. Sie spenden mindestens 100 Euro an den Deutschen Kinderschutzbund. Im Anschluss senden Sie die Spendenquittung an Ihren Werbemittelhändler. Schon sind Sie Teil der Kampagne. Alle Schirme der Bestellung erhalten den Kampagnenaufkleber auf dem Hangtag. Auf Wunsch werden außerdem die Schließbänder kostenlos mit dem Kampagnenlogo bedruckt. Zusätzlich erhalten Sie eine digitale Spendenurkunde. Ihre Vorteile? Sie unterstützen die wichtige Arbeit des Kinderschutzbundes. Sie zeigen soziales Engagement und Sie können die Teilnahme für Ihre Kommunikation nutzen. Helfen Sie mit! Für ein gutes Aufwachsen und beste Chancen für alle Kinder. Sie nehmen das Kinderschutzbund zu unheimudiige Betforsitz.